Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobarka, weiter geht's in der kleinen Stadt Slovice mit Kutschen, mit ein paar Leuten und ich glaube, wir können uns auch mal wirklich ein bisschen umschauen in der Stadt und uns noch ein paar kleine Animationen und Tragegeschichten und so weiter mal anschauen, denn es läuft ja wirklich, ja, es läuft ja alles. Die Kathedrale, ich habe jetzt doch gedacht, dass wir die Kathedrale vielleicht hier erstmal daneben bauen und dann schauen wir, dass wir das letzte Weltwunder wirklich hier erst in die Mitte packen. Das dauert noch ein bisschen, aber warum nicht, dachte ich. Insofern können wir das nämlich dann auch schon planen, ohne dass wir jetzt hier groß darauf Acht geben müssen, dass wir jetzt schon direkt die Holzgeschichten umbauen. Dann können Sie schon mal damit anfangen und vielleicht machen wir es sogar in Richtung des Dschungels und würden uns hier, ich würde uns hier nochmal ein paar Sachen kaufen. Da schaue ich nochmal auf die Fruchtbarkeit, das ist natürlich hier wieder alles genau da, obwohl, ja, dann bauen wir das doch genau hier rein. Da kommt eine Kathedrale hin und hier steht jetzt nichts von irgendwie einem Einflussgebiet, das das Ding hat, aber dann passt es doch hier ziemlich gut rein in den Bereich, der jetzt erstmal nicht fruchtbar ist und dann wollen wir da auch nicht direkt Felder drumherum haben, sondern werden da vielleicht noch ein paar Wohnhäuser und ein paar andere Sachen machen. Dann gibt es da Kakao zu trinken, ist der einzige Ort, wo es Kakao gibt im ganzen Reich, im ganzen Reich ist gut, also im ganzen Stadtgebiet. So, und da wir genug Geld, genug Einfluss haben, ich mache es aber jetzt mal mit Geld, ich kaufe den Bereich, ich kaufe den Bereich. Die Expansion ist hier teurer, weil der Dschungel teurer ist, 2,8 ist aber auch für uns kein Problem. Und dann werde ich die Kathedrale auch schon mal anplanen, dann haben sie was zu tun, die Jungs. Allerdings müssten wir, nee, das macht ja automatisch diesen Bau da weg, haben wir ein bisschen weniger Wildtiere, aber das ist okay. Also alle, die in die Kathedrale gehen, werden dann krank werden. Sie steht ja nicht ganz so schön am Meer, aber vielleicht können wir das noch schöner ausbauen dann, dass es am Ende trotzdem ein schöner Flecken wird. Dann bauen wir das Ding da hin. Jetzt mache ich da nochmal einen kleinen Weg, der da hinführt. Und hier müssen wir gucken, doch, da passt dann ja genau noch ein Wohnhaus auch hin. Machen wir da schon mal den Weg weiter und wissen, hier geht es hoch zur Kathedrale und zur Kathedrale muss es auch auf der anderen Seite auch hochgehen. Und da müssen wir auch hier einen Platz machen. Ups, jetzt habe ich einen so weit gemacht, aber gut, wahrscheinlich ist es da auch schon so. Und dann würde ich auch hier direkt schon mal sagen, bitte in diesem Zwischenraum, ich muss hier einmal die Bäume ausmachen, in diesem Zwischenraum bitte auch alles abholzen, denn da soll ein großer Platz davor sein. So, wunderbar, haben wir das auch geplant. Und dann erwarten wir voller Freude die Logistik 5, womit unsere Arbeiter deutlich mehr tragen können. 24 haben wir momentan eingestellt. Ich mache es nochmal auf 25, damit es eine gerade Zahl ist. Aber vielleicht reicht nicht mal das, ne? Da müssen wir nochmal gucken. Na gut. Erstmal wieder ein bisschen schneller laufen lassen. Ah, hier wird jetzt auch verbessert. Moment, Moment, auf Stufe 6. Die Häuser gehen jetzt tatsächlich auf Stufe 6. Da brauchen sie ein Luxusgut von Stufe 3. Ja, wahrscheinlich ist das die, obwohl, ne, es ist noch nicht die Kleidung. Es ist modische Kleidung, wäre das. Vielleicht ist es jetzt, naja, was ist es denn? Der Wein oder sowas? Nein, Schokolade. Haben wir schon Schokolade? Kann eigentlich nicht sein. Kaffee könnten wir haben. Hm, ich weiß nicht, was sie gerade sich da besorgt haben an Luxusgut Stufe 3. Aber irgendwas wird es sein. Aber apropos Kaffee. Wir haben doch hier, haben wir jetzt schon überhaupt, da haben wir das Feld. Mit Kaffeebohnen sind die hier irgendwo hingekommen. Wir haben 215 Kaffeebohnen gemacht in diesem Jahr, offensichtlich. Jawohl, die haben wir auch. Ich weiß nicht, wo sie sind, aber irgendwo werden sie sein. Aber ich glaube, wir können diese Kaffeebohnen noch nicht verarbeiten. Ich glaube, da gibt es noch was. Das müsste hier irgendwo drin sein. Der Chocolatier, den haben wir da. Kaffee Rösterei, genau. Die machen wir gleich. Und dann können wir da uns den Kaffee endlich machen. Und Kaffee ist ja wohl sowieso das Wichtigste von allem. Das machen wir dann auf jeden Fall. Einwanderungsbehörde läuft noch. Lassen wir auch laufen. Wie gesagt, Arbeiter sind zu knapp. Und jetzt können wir hier nochmal schauen. Weil auch die bauen sich gerade auf. Ach nee, die sind auch schon auf 6. Drei Arten von Luxusgut 2. Das bringt es auf die 6. Dann bräuchten wir das nächste, um sie auf Stufe 7 zu bringen. So ist es. Und da haben wir jetzt sowohl Kerzen als auch Wein als auch Kleidung. Wodka haben wir noch nicht gemacht. Oh ja, genau. Wodka. Und Kaffee wird dann auch noch kommen. Glaswaren sind wir sozusagen auch auf dem Weg. Wir schauen jetzt nochmal, weil es jetzt gerade Winter ist, wo wir liegen. 5500 in der Nahrungsmittelproduktion ist eigentlich okay. 6 Papayas. Papayas sind ein rares Gut. Dafür sind sie sehr billig. Dafür, dass sie so selten sind. Wir haben aber auch noch Honig hier, Kokosnuss. Und Kartoffeln ohne Ende. So, apropos Kartoffeln ohne Ende. Wir haben... Moment, jetzt müssen wir hier erstmal gucken. Die haben zu wenig Eingangsressourcen nach wie vor. Deswegen arbeitet da auch keiner. Die Sandmine. Da bringen wir doch jetzt mal drei Leute ran, wenn es geht. Die haben das sogar priorisiert hier. Dass wir ein bisschen mehr Zeug da rausholen. Vielleicht sogar... Lass uns mal gleich voll machen. Wir holen ja jetzt neue Leute. Durch die Einwanderungsbehörde sollte alles gehen. Und dann sollten wir hier auch mehr Kram haben, um hier mehr Glas zu produzieren. Das Glas wiederum können wir dann weiterverwenden. Haben wir jetzt schon irgendwas am Glas? Es sieht nicht so aus. Also noch scheint es nicht genug zu sein. Kohle sollten wir ohne Probleme haben. Ist jetzt im Spätwinter ein bisschen runtergegangen. Aber es ist, glaube ich, nicht so das Problem. So, jetzt ist die Logistik 5 fertig. Verdoppelt die Transportkapazität der Bürger. Das ist doch hervorragend. Und wir werden die Kaffeerösterei uns besorgen. Und dann vielleicht noch ein bisschen im Verbesserungsbaum weitermachen. Verbessern. Oh, ja. Ich probiere es mal mit Shift. Falls irgendwo noch weitere... Ja, da hinten sind nämlich noch mehr. Wir haben nicht genug Ziegelsteine. Wir haben nur 24 Ziegelsteine. Okay, endlich mal. Eine Problemzone hier. Ähm... Die Lehmgrube und die Ziegelei. Da arbeiten gerade auch nur 3 von 5. Interessant. Wofür wir die ganzen Ziegel verbraucht haben. Ist mir jetzt ein bisschen... Ist mir ein bisschen schleierhaft. Aber wer weiß. Wir werden mal gucken, dass wir das im Auge behalten. Wir können natürlich auch noch eine zweite Geschichte bauen. Aber ich glaube, viel Lehm haben wir jetzt auch nicht. Nein. Da wäre es gut, ein bisschen Glas jetzt endlich mal zu produzieren. Wir können ja das hier ein bisschen runtersetzen, dass da so 3 Leute arbeiten. Aber... Noch reicht es hier überhaupt nicht. Jetzt sind hier aber mal 7. Ich hoffe, Arbeit erledigt. 55 Prozent. Ja, die müssen noch ein bisschen hier raus sammeln. Wir können ja mal gucken, wie das hier läuft. Na ja. Vielleicht müssen wir auch die Häuser jetzt ein bisschen wieder verteilen, dass hier noch jemand wohnen kann in dieser Gegend. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir da nochmal eine extra Wohnungseinrichtung hier brauchen. Eine Wohnungseinrichtung. Ein Haus, meine ich damit. So, Bäckergilde. Tja, also noch scheint nicht genug Sand zu kommen. Obwohl sie Motivation haben. Was haben wir denn noch im Archiv liegen? Haben wir da noch eine Karte? Wir können das gleich nochmal machen. Im Verbesserungsbaum nochmal eine Karte produzieren für den Sand. Das Archiv ist hier. Da liegt ein Braumeister. Ne, da liegt nur was fürs Rathaus drin. Das kann es nicht sein. Hier muss auch noch was verbessert werden. Ne, da stand bloß verbessern, weil die sich verbessern. So. Okay. Jetzt haben wir zumindest wieder 40 Ziegelsteine. Wir verbrauchen eigentlich nicht so viel. Vielleicht habe ich sie einfach benutzt jetzt sehr viel. Für irgendwelchen Kram. Und auch hier beim Wein ist noch nicht genug Zeug da. 27. Sie brauchen 32 Weintrauben. Naja, es wird gerade geerntet. Naja, es wird gerade wieder gebaut hier. Naja, gut. Also wir könnten noch ein zweites Weinfeld machen. Es ist Frühling, also ist das genau die richtige Zeit, um das zu tun. Und hier wäre Wein möglich. Richtig. Hier geht es nach oben. Oder Moment mal, ich muss einmal gucken. Ich glaube, es stimmt nämlich nicht ganz. Das Weinfeld ist hier oben. Ja, ja, genau. Also müssten wir es hier oben machen. Aber es ist ganz schön eng. Also entweder hier nochmal. Oder hier daneben. Ich gucke mal, wie gut das hier funktioniert, wenn wir daneben noch eins machen. Mit 60. Richtig direkt dran. 32 hätten wir schon mal mit Fruchtbarkeit 99. 40 mit... Ja, das ist immer noch gut. Das sind trotzdem 95 Prozent hier. Das machen wir. Dann machen wir noch mehr Wein. Reben. Und vielleicht ist es Frühling. Kommt, das baue ich jetzt auch nochmal schnell. Auch wenn ich es ja eigentlich nicht mag, habe ich beim letzten Mal gesagt. Aber das ist okay. So. Dann machen wir hier einen Weg drumherum. Da sollte dann auch mal einer dran langkommen. Und hier kommt... Ja... Ja, doch. Machen wir mal einen. Ich glaube, noch eins kommt da nicht. Hier ist jetzt ein ungewollter kleiner Straßenplatz. Aber gut. So, kein Overlay. Wollen wir wieder anzeigen. Es soll hübsch sein. Benötigte Einstellungen ist klar. So. Jetzt haben wir hier schon mal... Ja, sehr gut. Also, du sollst jetzt das Holz... Wenn wir es denn finden, da unten. Und auch die Orangen, die hier kommen. Und auch das Wildfleisch. Wildfleisch. Das sollst du alles rüberbringen. Und zwar hier bis in die Stadt rein. Entweder direkt zum Marktplatz oder hier ins Lager. Wir nehmen mal das Lager, weil ich glaube, das ist noch relativ, obwohl 23, 30... Ja, das ist voll. Das ist nicht ganz voll. Schauen wir mal. Oder ja, nee. Wir bringen es direkt auf den Markt. Die Verziel festlegen. Wir bringen es direkt zum Markt. Da soll es ja hin. Okay. Wie sieht es hier mittlerweile aus? Da arbeiten jetzt wieder fünf. Und die brauchen immer noch Einstellungen. Aber jetzt frage ich mich, was haben wir denn hier überhaupt? Farbstoffkartoffeln haben wir in rauen Mengen. Genau. Jetzt gucken wir doch mal. Haben wir schon die... Den Wodka haben wir noch nicht, oder? Wo war der Wodka? Müssten wir eigentlich doch schon haben, oder? Kräuterlabor? Nicht ganz. Wo ist denn der Wodka? Glasbilderei, Arbeitsbedingungen, Zimtzen, Bewässerungsspeicher. Nee, Wodka war doch schon. Wo ist denn der Wodka? Verflickst nochmal. Auf jeden Fall haben wir die Forschung abgeschlossen. Und wir wollten weitermachen. Entweder Glasbläserei. Nee, jetzt hätte ich gerne Wodka. Zeig mal Wodka. Kaffeerösterei kaufen wir direkt. Verdammt, wo ist denn der Wodka hin? Ich finde ihn gerade nicht. Wir gehen mal auf den Verbesserungsbaum nochmal. Handelsbeziehungen, Landwirtschaft. Also, ich wollte hier eine Sache sowieso mal machen für die... Für das Sand-Dings. Hier, 20% Produktivität. Das holen wir uns mal. Ich weiß nicht, warum ich den Wodka jetzt nicht mehr finde. Was ist denn? Konglomerat. Unterhaltskosten für Handelsunternehmen werden auf 1 reduziert. Garten-Zypresse für die Attraktivität und Blumenbeete. Gebotenkontrolle. Alles cool. Wir machen mal ein paar Kürbissamen. Ach so, nee, das geht nicht. Dann machen wir in der Technologie erstmal weiter. Und machen die Steinstraße zuerst. Also, irgendwie habe ich gerade ein... Weiß ich auch nicht. Irgendwas vor Augen, was nicht stimmt. Auf jeden Fall haben wir eine Produktivitätskarte. Die kriegt jetzt die Sandmine zusammen mit der Motivation. Und ja, hier irgendwas scheint da zu sein. Okay. Sie haben genug Kohle und Sand erstmal. Sie können arbeiten. Es hat bloß gerade keine Leute offensichtlich. Und es arbeitet keiner in der Einwanderungsbehörde. Das sollten wir ändern. Dann, Bauarbeiter sind bloß 3 von 15. Ja, okay. Ich mache mal die Arbeiter jetzt nochmal wieder zurück auf 15. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Es ist immer ein Frühling. Da brauchen wir viele Leute eigentlich auf den Feldern. Ich gucke mal, wo wir... Ja, zu wenig Eingangsressourcen. Ist okay, wenn dann da keiner arbeitet. Da haben wir noch keine Einstellung gemacht. Hier geht es immer hin und her. Na ja, gut. Es wird langsam. Es wird, glaube ich... Ich hoffe, dass wir noch ein paar Leute rankriegen. Wir können natürlich hier... Obwohl, noch haben wir kein Glas. Aber wir könnten die Einwanderungsbehörde auch nochmal verbessern. Aber ich glaube, es ist nicht Nummer 1 der Geschichte. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Alles schön der Reihe nach. Wir haben ja Zeit. Hier wird was verbessert. Das Häuschen wahrscheinlich, ne? Ah, der Förster. Gucke mal. Ja, gerne. Und ich gucke mal auf die Ressourcen. Ich war ja gerade auch bei den Lehmziegeln völlig daneben. Aber jetzt haben wir wieder 200. Ne, ist alles gut. Baumfälltechnik. Waldstadt auf jeden Fall. Lagerhaus braucht nichts. Das Logistikbüro reicht mir auch erstmal in der Größe. Die Jagdhütte bekommt eine Räucherkammer. Und auch die Fruchtköder und der Obstsammler bekommt das filigrane Sammeln und die Schädlingsfallen. Und ihr seid... Was macht ihr bei sorgfältig? Doppelt so lange bringt aber 30% mehr Früchte. Arbeitsmodus ohne Boni. Ja, dann macht doch das. Macht's doch mal sorgfältig. Du sollst abholzen und anpflanzen. Obstbäume sind bevorzugt und fruchtlose Bäume lieber fällen. Das können wir bei den anderen auch nochmal anschauen. Und die Jagdhütte könnte Giftpfeile nehmen. Aber das machen wir nicht. Das lassen wir nochmal. Ich gucke jetzt nochmal. Stimmt, das haben wir hier oben, glaube ich, beim Förster auch noch nie eingestellt. Genau. Nur fruchtlose Bäume fällen, bitte. Und du auch hier. Bitte nur fruchtlose Bäume fällen. Gut. Der hat das, glaube ich, schon, ne? Nein, du hast es auch nicht. Also nur fruchtlose. Auch hier fällen. Irgendwann geht es natürlich so nicht weiter. Wenn wir nur Obstbäume pflanzen und nur fruchtlose fällen, dann haben wir irgendwann nichts mehr zum Fällen. Aber das wird sich schon regeln. Wir werden es sehen. So, haben wir denn jetzt endlich mal Glas? 13 Prozent. Das dauert aber auch hier. Aber hier ist auch gerade keiner. Wir brauchen mehr Menschen. Wir brauchen eindeutig mehr Menschen und vielleicht tatsächlich hier nochmal ein Haus. Dass hier irgendwo nochmal ein paar Leute wohnen. Diese Jagdhütte ist eigentlich ziemlich unsinnig da hinten. So. Ja, wir machen es hier immer weiter dicht. Aber solange wir keine Probleme kriegen, ich glaube, ich muss da jetzt mal einmal ein Haus reinbauen. Hier ist natürlich die Attraktivität richtig super. Reicht uns das vielleicht? Weil wir werden hier hinten auch nochmal Felder haben. Ich baue denen was Schönes. Direkt an den Strand. Aber es reicht wieder genau nicht für zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, genau nicht. Wir können die Straße aber noch einmal verschieben. Ich baue jetzt da ein Haus hin. Reiß die Straße dann nochmal ab. Es wird ein bisschen Kraut und Rüben. Aber es ist, glaube ich, okay. Also hier einmal. Straße abreißen nochmal. Und die Straße kommt dann einen weiter außen hin. Weil dann können wir da noch ein zweites Haus hin basteln. Die natürlich jetzt völlig abgeschottet sind von irgendwelchen, ja, also von Bibliotheken und so. Die können da nichts lernen. Die bleiben ein bisschen doof. Aber auf dem Feld können sie es vielleicht auch. Können sie es vertragen. So, Steinstraßen. Stadtverbindung. Bau eine Straße, um dich mit anderen Städten zu verbinden. Ähnlich der Schotterstraße, allerdings außerhalb der Stadtgrenzen. Fernstraßenbrücke, die außerhalb eines Territoriums errichtet werden kann, um Städte zu verbinden. Und ermöglicht die Verbindung von Städten mit einer Fernstraße, um Handelsverbindungen herzustellen. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich nicht schlecht. Haben wir hier noch was, was wir irgendwie fett freischalten können? Ein industrielles Abkommen. Jede nahe Industrie der gleichen Art, plus 5 Effizienz. Und das Beanspruchung von, ah ja, genau das möchte ich auch noch machen. In Wüsten gebaute Häuser haben wir jetzt noch nicht. Kommt, die Flachwasserschifffahrt finde ich gut. Gut, dann könnten wir, nehme ich mal zumindest an, dann auch über das Wasser hinweg. Ich weiß nicht, ob wir dann hier so irgendwo, das gehört auch schon alles borkelt hier. Ist das zu fassen, ne? Komm, wir nehmen denen noch was ab. Wir müssten doch schon wieder viel zu viele Sachen haben. Nehmen wir ihnen erstmal das hier ab. Das annektieren wir, bevor wir dann bald eine Handelsstraße bauen. Ja, wir haben 9000, komm. Ich gehe wieder auf 1000 erstmal. Mal gucken, ob sie da was gegen haben. Und dann gucken wir, ob wir ihnen das, ne, das ist schon das hier, ob wir ihnen das hier auch abnehmen können. Können wir. Oh, das ist aber fies. Richtig mit Häusern und so. Haha, okay. Da schauen wir gleich nochmal, ob das, äh, ob das was wird. Okay. Ansonsten läuft es gut. Es ist Frühjahr, Herbst. Wir haben über 1000 Einheiten Kohle. Wir haben 5400 Einheiten Nahrung. Alles läuft gut. Wie sieht es bei der Kathedrale aus? Schnellbau würde 92.000 kosten. Aber wir haben schon, ach deswegen, Ziegelsteine. Wir haben schon 1000 Ziegelsteine dahin gebracht. Aber wir brauchen 400 mal Glas. Und da haben wir momentan ein kleines Problem. Ah, okay. Also die ersten Glaseinheiten sind schon mal da. Das ist nicht schlecht. Die produzieren 336 pro Quartal. Und hier geht es jetzt auch ein bisschen schneller. Und ich gebe euch hier jetzt auch, wahrscheinlich im Herbst, ja, jetzt sind die, jetzt gehen wir da auf die vollen 7. Die Häuser werden fertiggestellt und vielleicht jetzt, wo auf den Feldern teilweise jetzt die Arbeit getan ist, vielleicht geht es dann jetzt da schneller voran. Ja, jetzt sind da 7 Leute. Jetzt sollte das mit dem Glas schneller gehen. Auch wenn wir das jetzt nicht alle sofort zur Kathedrale bringen wollen, glaube ich. Aber wir können bestimmte Sachen nochmal verbessern. Und zwar, die Lehmgrube könnten wir verbessern. Das ist eng. Gerade. Wir haben nur 21 mal Glas. Ich weiß gerade nicht, ob wir das... Aber hier, die Möbelwerkstatt. Die würde ich gerne verbessern. Weil Möbel haben wir nicht so wahnsinnig viel. Das sind immer nur so ein paar. Und auch bei der Keramik könnten wir nochmal gucken, dass wir diese... Nee, nicht beim Bier. Hier bei der Keramik, die braucht ein 22 Glas. Das würde ich auch nochmal verbessern, dass diese Luxusblüter weiter reinkommen. Die bringen uns immerhin... Oh, jetzt habe ich vergessen, hier oben zu gucken. Aber wir haben es schon bekommen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, dann sind wir jetzt mal fies. 816. Oder das erstmal. Komm, wir annektieren erstmal das. Mal gucken, wie sie darauf reagieren. Ja, da sind sie natürlich schneller. Das ist ein fieser Angriff hier. Auf Borkelt. Die haben ja auch Riesen... Schaut mal, hier ist alles voller... Ah, da müssen wir ein bisschen mehr investieren. Alles voller Holz und vor allen Dingen aber auch voller Weizen, wenn ich das richtig sehe. Und wir würden Ihnen jetzt hier eine Schweinefarm wegnehmen. Und ich glaube auch ein Lagerplatz. Obwohl ich weiß gar nicht, ob das jetzt weg geht. Ja doch, müsste eigentlich... Das dürfte dann eigentlich nicht mehr in ihrem Besitz sein. Und auch diese Farm hier ist zumindest bedroht. Aber wir machen jetzt komplett Angriff auf Borkelt hier am Ende dieser Folge. Das finde ich nicht schlecht. Achso, und Kaffee wollten wir machen. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen gucken da. Aber Kaffee haben wir hier. Dann kommt die Kaffee-Rösterei. Ja, das finden die jetzt wieder doof. Wird denn der Kaffee... Wo liegt denn der Kaffee? Momentan liegt der nicht hier. Hier liegt der Kaffee. Ja, da dürfen wir natürlich wieder nichts hinbauen, weil das finden die Leute doof. Ja, sowieso die Frage, wo machen wir unseren nächsten Industriebezirk? Also wenn, könnten wir hier jetzt wieder was reinbauen. Aber wir haben bald wirklich überhaupt kein Holz mehr. Aber wir haben so viel Holz, komm, das ist wurscht. Bau es hier ran. Wenn Sie den Kaffee da hinbringen, ist doch super. Bauen wir mitten rein die Kaffee-Rösterei. Und dann ist das auch nicht so weit weg. So, jetzt müssen wir hier oben gucken. Wir haben es schon. Ich sollte vielleicht langsamer laufen lassen, wenn ich hier sowas übernehme. Und jetzt nehmen wir Ihnen das auch noch weg, oder? Ich bin gerade immer noch im Agro-Modus. Das ist natürlich echt fies. Diese Stadt hier jetzt so zu dezimieren. Aber sie sind so groß. Sie haben so viel. Und wir haben so viel Einfluss. Und wissen nicht, wohin damit. Komm, wir erobern das auch noch. Jetzt kostet 400. Ja, da ist wahrscheinlich die Verteidigung einfach mal ein bisschen höher. Ich mache nochmal mittel. Ich gucke nochmal zur Sicherheit auf die Nahrung. Aber auch das sieht gut aus. Es ist Mitte Winter. Wir haben aber immer noch, ich dachte gerade, wir haben keine Kohle mehr. Aber die ist hier oben. 1.100 Kohle, 2.000 medizinische Kräuter, 1.600 mal Medizin. Also, alles easy hier. Wir gehen auf 1.000, weil wir immer noch 7.300 Einheiten Einfluss haben. Jetzt lasse ich es mal schnell laufen. Und guck mal, wie weit sie kommen. Ja, sie gehen auf 800. Ich gehe auf 1.4. Jetzt gehen sie auf 1.000. Jetzt geht es wieder langsamer. Komm, wir geben ein bisschen was aus. Es ist klar, dass sie das gut verteidigen. 1.2. Ich glaube, wir müssen hier auf 2 gehen. 1.4. Komm, 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 komm. Wir kriegen neue Einwanderer. Wir sind bei 280 mittlerweile. Sie sind hier auf 1.6, 1.8. Ja, ich gehe nochmal auf 2.4. Jetzt sind sie auf 2. Komm schon. Ich lasse jetzt gerade den ganzen Winter durchlaufen. Aber der Winter ist ja auch hässlich. Okay, ich gehe auf 2.8. Jetzt sind wir nur noch bei 4.000. Okay, jetzt haben sie sich gut gewehrt hier. Na, komm, 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 mach. Ach, okay, ich gehe auf 3. Wir kriegen 800 Einflusspunkte momentan. Ich lasse alles links liegen für diesen Angriff, der natürlich jetzt sehr farblos aussieht hier. Aber es ist doch relativ eng. Nein, doch, ja, bei 2.6 scheint er stehen zu bleiben. Das scheint zu klappen. Hervorragend. Jetzt gucke ich mal ganz kurz hier, wenn wir kurz davor sind. Nämlich jetzt gehe ich mal auf langsam. Schau mal, was jetzt hier. Bums. Ah, es ist einfach. Es wird alles gelöscht. Was ist denn das? Hier ist ein Panda. Und wir haben im Technologiebaum was abgeschlossen. Das ist schön. Aber wir haben einen Panda hier. Und wir haben die Flachwasserschifffahrt. Und die Burg wäre das nächste Sieggebäude, richtig? Was ist denn ein Ressourcen-Außenposten? Fördert Ressourcen aus der Provinz. Das ist ja auch cool. Okay, das kenne ich ja noch nicht. Ich mache mal die Burg. Und Pandas habe ich noch nie gesehen. Das ist ja schön. Pandas finde ich sehr schön. Okay, dann haben wir hier jetzt verlassene Felder. Borg gilt einiges weggenommen. Sehr viel Einfluss ausgegeben dafür. Und ansonsten haben wir den Winter quasi übersprungen, weil wir nicht hingeguckt haben. Aber es sieht gut aus. 282 Leute, 292 Platz. Immer noch genug Kohle. Wir könnten hier vielleicht für den nächsten Winter, obwohl haben wir schon, sind das schon jeweils auf 8. Nee, hier könnten wir nochmal vier Arbeitsplätze dazufügen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal, liebe Leute. Okay, wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut.